Was für ein Blödsinn, diese Impulsveranstaltung, ich lache mich wirklich tot. Aber warte, was sagst du jetzt zu den Leuten, die 30 Jahre am Markt sind und die jetzt aber sagen, ja, alles super, aber haben trotzdem Probleme, Objekte einzukaufen für realistische Marktwerte, müssen in Preissenkungen reingehen über einen längeren Zeitraum, um Objekte verkauft zu bekommen, bla bla. Was sagst du denn? Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge und zwar die hundertste Folge von unserem Immolution-Podcast. Ja, ich freue mich sehr auf das Ganze, jetzt einfach mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Die letzten, wie lange machen wir das jetzt eigentlich schon? Schon ein bisschen, ne? Ja, 2000, ähm, 2022, ne? Ja, sag mal. Okay, 2.3.2022, krass. Sehr krass. Schon lange? Genau. Mega, okay, was ist seitdem passiert? Wir haben uns ja auch extrem als Firma entwickelt in der Zeit, ja? Und ich glaube, unsere Ergebnisse, also die Leute, die in unserem Podcast-Folgen regelmäßig auch Gast sind, sprechen natürlich auch dafür. Aber vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an. Was war denn eigentlich so bei uns, der Auslöser? Warum haben wir eigentlich den Podcast gestartet? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ehrlich gesagt nicht, also erinnern kann ich mich schon auf jeden Fall. Aber wir haben gesagt, wir wollen einfach coolen Content liefern. Das war so das Ding, ne? Ja, also ich glaube, wir haben uns eine große Frage gestellt. Und zwar haben wir uns so sehr, sehr starke Gedanken darüber gemacht, was können wir machen, was erstens geilen Content liefert, ja? Was aber zweitens uns als Personen, wie wir halt sind, einfach auch nochmal so ein bisschen, ja, wie soll ich, dass man ein besseres Gefühl für uns bekommt. Wie ticken wir eigentlich? Wie reden wir? Wie sind wir so? Und wir wollten Real Talk machen. Genau, und wir wollten halt einfach auch mal ein bisschen die Wahrheit ansprechen, so wie es wirklich ist. Und ich glaube, das haben wir echt gut geschafft. Das ist auch das Feedback, was wir bekommen zu dem Podcast, weil komischerweise alle Leute, und das waren jetzt über die Jahre doch schon einige, alle Leute, die sich durch den Podcast angesprochen gefühlt haben, dann auch wirklich gehandelt haben und nicht einer von ganz, ganz vielen oder dem größten Teil der Gesellschaft sind, die dann einfach nur konsumieren, aber nicht handeln, sondern die, die gehandelt haben, die sind auch zum Großteil Kunde geworden und sind heute extrem erfolgreiche Immobilienmakler. Absolut. Gut. Wirklich unglaubliche Sachen passieren gerade, das ist Ja, wirklich crazy. Wirklich absolut outstanding. Also das ist so krass, dass ich selber schon echt erregt bin, also freudig erregt bin, weil das einfach so toll ist. Ja. Und wir wissen ja, wir beide wissen ja, was möglich ist. Ja. Und das ist einfach irre. Man kann es ja mal kurz erzählen, das ist jemand, der, also der Philipp, der im September gestartet ist letzten Jahres, also 2023 gestartet ist, der auch natürlich auf unterschiedlichen Kanälen uns verfolgt hat und sozusagen… Ja, ich glaube auch Podcast, glaube ich. Und der Podcast uns also auf ganz unterschiedlichen Ebenen verfolgt hat und gefolgt ist. Und nach einigen Wochen, nach einigen Wochen hat seine Frau ihn angesprochen und hat gesagt, hey, das ist so schön zu sehen, dass du richtig Freude hast, dass du oder wieder Freude hast. Weil ich denke, jeder ist mal so in dem Moment oder war auch in dem Moment mal in seinem Leben oder auch in seinem beruflichen Leben, jetzt gerade auch als Immobilienmakler, wo man einfach mal ein paar Dinge auch in Frage stellt und drüber nachdenkt, hey, ist das irgendwie, feiere ich das gerade noch? Ja, das ist super, was du gerade sagst, weil ich erkenne sehr, sehr oft in meinen Gesprächen, die ich führe, dass die Leute so eine gewisse Müdigkeit entwickeln auf diese Sache, was sie tun, auf die Branche. Sie sagen, ey, ich mache das jetzt schon einige Zeit und ich bin müde, weil der Spaß an der Sache, dieses Feuer ist ausgegangen. Naja, schau, das Thema ist, ich meine, du bist ja jetzt nicht der Älteste unter uns, von uns beiden jetzt mal betrachtet nur. Und ich sage mal, selbst du in jungen Jahren hast das ja auch schon für dich mal erlebt, wo du irgendwie einen Punkt hattest, wo du sagst, irgendwie nervt mich gerade. Und das Ding ist halt, dass man sehr schnell, wenn etwas nicht so funktioniert, wie man sich das eigentlich vorstellt, dass man dann natürlich abdriftet. Und logischerweise, wenn etwas nicht funktioniert, dann sucht man ja nach einer Lösung, man sucht nach einer Lösung. Und am Ende so mal so ein bisschen mit Bedacht und vielleicht auch so ein bisschen mit Demut gesehen. Und wenn man mal drauf schaut auf sich selber, ist natürlich, sagen wir mal, die Branche, die Veränderungen der Branche. Wir hatten ja auch während des Podcasts, auch wenn wir jetzt mal so ein bisschen, wir bleiben schon im Faden, keine Sorge an die Leute, die draußen zugucken. Es ist ja viel passiert. Zinskrise hatten wir auch, die ist ja schon gestartet. 2022 im Sommer ging es los. Ja, aber die Veränderungen wurden natürlich immer stärker dann auch. Genau. Und das sind natürlich alles Dinge, die prasseln ja auf jemanden ein. Und so ein Business, wenn du selbstständig bist, entweder alleine oder auch mit Mitarbeitern als Unternehmer, hey, das muss man sich auch mal ganz klar vor Augen führen, das rockt natürlich auch. Da knallt ja richtig jeden Tag auf einen was ein. Die Kunden ziehen an einem, der Markt verändert sich, tausend Leute kommen auf einem, wollen was von einem. Also da passiert halt eine Menge. Da kann man schon auch mal schnell, da kann man schon auch mal schnell den Blick fürs Wesentliche sehr, sehr schnell verlieren. Gut, zurück zu der Story. Also das allererste war, dass er wieder so einen Fokus bekommen hat. Dass er einfach gemerkt hat, okay, darum geht es. Also das ist der goldene Faden. Warum sage ich goldenen Faden, werde ich gleich noch was zu sagen. Also da ist der goldene Faden, da ist mein Fokus, da ist mein Blick. So, und dann hat der Philipp, und das ist das, was leider viele nicht tun, weil alles, was ja so im Leben passiert, ist und bleibt oder sind und bleiben Entscheidungen. Du musst einfach Entscheidungen treffen. Und er hat die klare Entscheidung getroffen, this is it. Das ist es. Ja. Das ist mein Weg. Und dann, also was seitdem passiert, jetzt muss man sich dazu sagen, er ist sofort voll drauf gegangen, der hat mich ausgequetscht wie eine Zitrone. Also der hat durch unsere persönliche Betreuung, was ja auch ein besonderer Punkt ist im Vergleich zu vielen anderen, dass man uns ja auch persönlich bekommt und nicht nur so rein virtuell, hat er eine klare Entscheidung getroffen. Und was dann passiert ist, das war direkt der Monat danach, irgendwie 180.000 Euro Umsatz, der nächste Monat nochmal darüber, so und dann jetzt auch übertragen in 2024, 1500 Immobilien eingekauft, also 1500 Objekte eingekauft. Dann direkt noch in der gleichen Woche kam ein Bauträger zu ihm, hat 20 Apartments, die er machen soll. Heute habe ich noch einen Call mit ihm oder in unserem Live-Call gehabt, wo er sagte, Mensch, hat da so ein EK-Gespräch. Da ist dann so irgendwie, das ist nicht so ganz so gelaufen, wie ich mir das eigentlich vorstellte. Er hat aber auch direkt wieder das Offen angesprochen und dann auch bereitwillig in den Spiegel geschaut. Und er schreibt mir gerade eben oder schickt mir eine Sprachnachricht und sagt, das ist einfach krasser Hammer. Wir haben das eben entschieden im Call, wie der Weg ist, was zu tun ist. Zack und ein paar Minuten später ruft der Kunde an. Von sich aus. Der Kunde ruft von sich aus an und sagt, ich bin zur Vernunft gekommen, ich habe da irgendein Blödsinn geredet. Und zack, das Ding ist im Sack. Und da reden wir jetzt nicht von einer Wohnung von 100.000, sondern wir reden hier von einem Millionenobjekt. Und das jetzt nicht nur in einmalig, sondern in Schlagzeilen. Also das ist so ein Beispiel, was jetzt gerade halt aufgrund der Aktualität präsent ist. Aber auch das ist ja eine Reise gewesen. Auch das hat ja ein bisschen gedauert. Also es sind sehr, sehr viele magische Dinge passiert. Und ich möchte das hier mal vielleicht, weil du hast ja auch schon wieder einen Gedanken. Mal sagen, es ist so cool, es ist so toll und es erfüllt mich mit so großer Dankbarkeit und Freude. Und ich möchte es auch an die Leute echt mal so rübergeben, wie viel Spaß für uns das ist. Und welche Stimmung wir in unserer Company haben, dass Freelancer sagen, sie wollen zu uns kommen und bei uns arbeiten und bei uns sein. Einfach, weil der Spirit so besonders ist. Ja. Also jetzt von der internen Seite, weil der Spirit und die arbeiten auch in anderen Companies und auch keine Klitschen. Und coole Leute auch dabei. Aber sie wollen zu uns oder wollen bei uns im Büro sitzen. Und für die anderen arbeiten sie von zu Hause aus oder in ihrem eigenen Office und kommen zu uns, weil wir so einen besonderen Spirit haben. Also was ich damit sagen will, ist, es ist von innen nach außen, also von uns innen auf unsere Kunden, aber auch kommt es von unseren Kunden natürlich wieder zurück zu uns. Und das ist einfach so krass, so besonders, so einzigartig. Und da muss ich wirklich an der Stelle sagen, das macht uns auch an der Stelle so besonders, auch als Firma. 100 Prozent. Genau. Ja, jetzt ist es aber ja so, dass, also ich sehe das genauso und das ist wirklich krass, was da in den letzten anderthalb Jahren intern, was da für Sachen passiert sind. Aber jetzt gibt es ja auch, weißt du, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig auf den Punkt bringen soll, aber ich glaube jeder, also jeder Immobilienmakler in ganz Deutschland und egal, egal welche Firma auf der Welt, wir ja genauso, jede Firma der Welt hat Herausforderungen. Es gibt keine Firma, es gibt kein Projekt ohne Herausforderungen. Das ist unmöglich. Aber nach Informationen oder neuen Inputs sucht auch jeder. Aber ich schwöre es dir und ich verstehe es einfach nicht, die wenigsten handeln, wenn sie diese Inputs bekommen. Das ist aber... Weil genau das, weil genau das eintrifft, was du gerade gesagt hast, Entscheidungen treffen ist die Grundlage für alles. Und die Leute können das nicht, ich schwöre es dir. Ich kann dir aber sagen, warum. Ja, sag. Wenn du es wissen willst. Ja, sag. Der Punkt ist einfach der, und auch da haben wir heute im Live-Call drüber gesprochen und ich möchte auch nochmal sagen, unsere Live-Calls sind keine Standard-Live-Calls. Das sind keine Calls, wie sie vielleicht an anderer Stelle stattfinden, wo man irgendwas geskriptet, abarbeitet, wo man nach einer Stunde sagt, so jetzt ist vorbei, weil die, egal wie viele Fragen noch da sind. Also, das muss man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen. Bei uns ist der Live-Call zu Ende, wenn die letzte Frage beantwortet ist. Punkt aus Ende. Und wenn das zwei Stunden dauert, dauert das zwei Stunden noch nicht. Das ist nach einer Stunde Ende, egal wie viele Fragen noch offen sind. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Nur mal so, by the way. Warum ist das so? Der Zustand der Menschen ist, und das kann man wirklich so leider sagen, und zwar, ich will nicht sagen all over, aber zu einem großen Teil, ist, dass die Menschen mit den, ich sag mal, Irrungen, Wirrungen und Verwirrungen des Lebens an sich, im Business, privat und so weiter, das knallt so viel auf die Leute ein, dass die Leute einfach durcheinander sind. Was mache ich zuerst, was kommt als nächstes, was muss ich hier tun, was muss ich hier tun? Ich treffe komplett weirde Entscheidungen, die gar keinen Sinn machen. Aber Moment, jetzt pass auf, der Punkt ist einfach der, wenn du diesen Zustand oder die Zustände, schau, weißt du, die Leute schimpfen über die Politik, was gerade in Deutschland abläuft. Wir brauchen ja gar nicht auf der Welt gucken, das reicht ja schon, wenn wir in Deutschland gucken, das reicht ja schon komplett aus. So, und du siehst, was macht die Politik da gerade? Ist das schlau? Oder, noch nicht mal schlau, ist das vernünftig? Nein, absolut nicht. Es hat mit Vernunft null, nada zu tun. Hat das was mit Kompetenz zu tun? Nein, gar nichts. So, und da brauche ich jetzt noch nicht mal in wirklich einzelne Personen reinzuschauen, sondern es ist einfach mal all over so. So, aber wenn jetzt der Zustand da auf dieser Ebene in der Politik schon so ist, so, und ich habe heute noch im Call gefragt, was ist Reichtum? Der Reichtum einer Gesellschaft, der Reichtum einer Politik, einer Regierung ist doch nicht, wie viele Goldreserven die irgendwo, wie viele Goldbarren die irgendwo liegen haben oder sonst irgendein Klamauk. Nein, der Reichtum einer Gesellschaft, sprich einer Regierung, sind die Menschen, die Menschen, die in der Lage sind, etwas zu produzieren. Denken wir mal an Deutschland, Dichter und Denker. Ja, die Creator, die was entwickelt haben in unserem Land. Das ist der Reichtum eines Landes. Das heißt Menschen, die etwas bewegen, Menschen, die etwas nach vorne bringen, Menschen, die produktiv sind. Ja. Und genauso ist es bei dir auch. Du hast mir mal gesagt, Papa, mach dir keine Sorgen. Ich darf das mal so sagen, dass du auch mal Papa zu mir gesagt hast. Also Papa, mach dir keine Sorgen, ich habe verkaufen gelernt. Und da an dem Tag wusste ich, ich brauche mir wirklich keine Sorgen machen. Und das war wirklich ein magischer Moment. Ich erinnere mich, das muss gewesen sein, 2018 sowas in dem Dreh rum, 2018, als du dann von mir sozusagen weg bist in die erste praktisch fremde Firma sozusagen rein bist für ein paar Jahre. Ja. Was ja eine sehr vernünftige und gute Entscheidung war, dass du immer mal was anderes gesehen hast. Und da hast du mir das mal gesagt. Ja. Und da habe ich, da weiß ich noch, da warst du, okay, da warst du ein bisschen wütend, da wolltest du mir irgendwas beweisen damals, aber das war völlig egal. Und da hast du gesagt, Papa, ich habe es verkaufen gelernt. Egal, was ich mache, ich werde immer durchkommen. Ja. Und das war schon ein krass geiles Statement für einen Vater, für mich. Ja. Und ich weiß, dass deine Mutter mit Sicherheit auch stolz ist darauf, dass du so geworden bist, wie du bist. Ja. Aber genau das ist ja auch dein oder mein Reichtum. Dein Reichtum ist das, was du produzierst. Ja. Deine Intelligenz, Probleme lösen zu können, dein Können, deine Fähigkeiten, einfach etwas produzieren zu können. Das ist dein Reichtum. Ob du jetzt eine schöne Uhr hast oder ein tolles Auto, ey, ist scheißegal. Und selbst wenn du eine Million auf dem Konto hast, ist es völlig unwichtig. Es ist kein Reichtum in dem Sinne von wirklich reich sein. Denn, machen wir uns mal eins nichts vor, das erlebe ich ja auch immer, wenn, ich habe auf TikTok mal ein Video gemacht, wo ich gefragt habe, hey, denk mal in den nächsten drei Sekunden an die wichtigsten Menschen in deinem Leben. Und kaum einer denkt an sich, also nennt sich zuerst oder vielleicht an zweiter, dritter Stelle. Und wenn du, und wenn er dann die Kommentare dir durchliest, so nachdem du, ja, ich denke immer zuerst an meine, an meine Familie. Ich sage, ja, ist supergeil, ganz toll. Jetzt stellen wir uns mal vor, jetzt stellen wir uns mal vor, jetzt stellen wir uns mal vor, zum Thema Reich, ich bin immer noch bei Reichtum, ne? Jetzt stellen wir uns mal vor, du fährst in die Wüste. Und du bist in der Wüste mit deiner ganzen Familie und stürzt ab, nicht du fährst, sondern du stürzt ab mit dem Flieger und bist in der Wüste. Und dann denkst du mal zuerst daran, deinen Kindern was zu saufen zu geben, ja, den letzten Strohhalm, wo ein bisschen Wasser drin ist, gibst du deinen Kindern. Du weißt aber ganz genau, dass deine Frau, deine Oma, dein Opa und deine Kinder nicht in der Lage sind, durch diese Scheiße durchzukommen, also in der Wüste zu bestehen. Und der Einzelne, der das kann, bist du. Aber du gibst jetzt, oder nicht du, sondern jemand anders, gibt jetzt erstmal seinen Kindern was zu trinken, sage ich, wunderbar. Die sterben halt jetzt einfach nur ein bisschen später, weil du bist der Erste, der abkackt. Du bist der Erste, der stirbt. Und dann die Kinder, weil sie keinen haben, der sie durchbringt. Also sorg dafür, dass du was zu saufen hast, damit du mit deiner Energie, mit deiner Power die anderen durchbringen kannst. Nur mal so zum Nachdenken. Der Punkt ist, bei dem ganzen Spiel ist, das ist eben einmal Intelligenz, nämlich die Probleme des Lebens lösen zu können und nicht, ob du gut in Mathe bist, Haken dran Bullshit, spielt überhaupt keine Rolle, hat mit Intelligenz gar nichts zu tun. Und Punkt Nummer zwei ist eben, dein Reichtum sind deine Fähigkeiten, ist das, was du wirklich kannst. Weil dann kannst du immer im Leben bestehen, ob du jetzt mal auf die Fresse gefallen bist und vielleicht auch Reichtum verloren hast oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Weißt du, ich muss mal ganz kurz eine Sache, weißt du was, diese Sachen, die du gerade sagst, sind so unfassbar richtig, ne? Ich weiß. Dass aber trotzdem Leute sagen so, ja okay, aber was hat denn jetzt das mit Fähigkeiten zu tun, dass ich keine Objekte habe, dass ich keine Objekte verkaufe? Weißt du, wie ich meine? Das ist eine vollkommen berechtigte Frage. Gebt vielleicht bitte nochmal darauf ein, weil ich weiß ja, was du dazu sagen willst. Ich will nochmal ein Ding zurückgehen und zwar der Punkt ist, dieses Reichtum, Vernunft, Fähigkeiten, Zustand, das ist eigentlich das Ding. Weil wenn du fähig bist, hast du auch immer einen wesentlich besseren Zustand, also einen persönlich besseren Zustand, dass du das wesentlich weniger Verwirrung hast. Du betrügst dich nicht so oft selber, weil du nimmst ja die Sachen an und erledigst deine Arbeit. Ist ja klar, weil du denkst ja nicht, soll ich das jetzt erledigen, soll ich das nicht erledigen? Heute habe ich Bock, heute Morgen habe ich keinen Bock. Weil du hast ja einen Zustand von Bock, du hast ja einen Zustand von, du willst dein Zeug machen, also hast du einen guten Zustand. So jetzt nur mal so, Frage an dich, als intelligentes Kerlchen. Wenn du einen guten Zustand hast, kriegst du was gebacken oder nicht? Ja. Wenn du einen schlechten Zustand hast, kriegst du was gebacken oder nicht? Nein. Und das ist der Punkt. Das heißt, ist der Zustand nicht gut, also beispielsweise die Irrungen und Wirrungen des Lebens drücken dich runter, du bist einfach Kacke drauf, dann kannst du nichts produzieren. Dann kannst du auch nicht zugreifen, dann kannst du nicht zupacken. Du kannst dich anpacken, du kriegst nichts geregelt. Das sind nämlich dann die Leute, die sagen, ja, boah, ich weiß auch nicht, krieg meinen Arsch nicht in die Höhe, ich schaffe ja gar nichts. Die Leute sind nicht Herr der Lage, ja, null Prozent Herr der Lage. Pass auf, aber jetzt kommt der Punkt. Das liegt an dem Zustand und das liegt daran an dem Zustand, weil halt in unserem, in der Umgebung, die man sich selber geschaffen hat, es ist ja immer, man hat es ja sich ja selber geschaffen. Die Umgebung, die äußeren Umstände und dann natürlich auch, leider Gottes auch, so ein bisschen stückweit Verantwortungslosigkeit, eben das auf die anderen zu schieben und nicht bei sich selber hinzuschauen. Und jetzt das im übertragenen Sinne auf den Makler bezogen, ganz einfache Kiste, wenn wir uns die letzten 14, 15 Jahre anschauen, machen wir mal 15, weil dann haben wir 2009 mit, da haben wir die Lehman Brothers Krise gehabt, wir hatten unterschiedlichste Veränderungen im Makler Business, ob das das Bestellerprinzip bei der Vermietung war, da hatten wir die DSGVO Datenschutzkacke, haben wir letzte Woche im Podcast so gemacht. Auch eine Riesenscheiße am Ende des Tages, was einen wieder abgehalten hat vom Wesentlichen. So, dann haben wir jetzt das Thema geteilte Provisionen gehabt noch, das kam ja auch noch mit dazu. Also jetzt die Zinskrise noch oder Zinswende, nennt es wie ihr es wollt, ist mir auch egal, letztendlich am Ende des Tages. Und immer noch laufen die Leute, ich habe am Wochenende einfach mal mir ein paar geile Häuser angeguckt, einfach ein paar schicke Häuser, sag, guck doch mal in Düsseldorf. Und ich bin fast, also mir ist wirklich bald der Computer vom Schoß gefallen, weil ich gesagt habe, was ist denn da los? 5 Millionen, 7, 8 Millionen in durchaus guter Lage, aber wo ich sage, also wenn das Ding die Hälfte wert ist, dann ist es gut bezahlt. Und die Dinger sind im Markt, das heißt also von Maklern, von scheinbaren, scheinbaren Profis völlig irres Zeug. Das heißt, Fähigkeiten kannst du suchen. Also die Fähigkeit, jetzt einem Verkäufer zu erklären, wie es geht. Und das heißt, man baut sich, also jetzt eben, jetzt pass auf, jetzt baut man sich aufgrund seines Zustandes, baut man sich irgendwelche Modelle zurecht. Das ist halt wie ein Taschenrechner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Und da funktionieren einfach zwei Tasten nicht. Die Eins und die Drei. Also eigentlich scheißegal, was du berechnest, es kommt immer irgendeine Scheiße dabei raus. Du kannst keine richtige Berechnung anstellen. Also Berechnung ist ja die Strategie, die Vorgehensweise, was mache ich jetzt, was tue ich jetzt, wie gehe ich jetzt vor. So, dann kommt halt immer so raus. Und das ist halt dieser Punkt, ist, bist du wirklich bei klarem Menschenverstand? Eigentlich ist es nichts anderes als mal Zustand normal. Okay, eigentlich mehr ist es gar nicht. Es geht nur um Zustand normal. Nicht um High-End, so ein Bro, du bist richtig geil. Nein, wir reden von normal. Also Taschenrechner funktioniert. Wir reden nicht von unnormal, von dumm, besonders dumm oder richtig blöd. Wir reden nur von normal. Taschenrechner ist in Funktion. Und der ist halt nicht in Funktion. Jetzt könnte man sagen, ja boah, komm, die hauen aber jetzt schon hart auf den Putz. Ja, aber Leute, guckt euch doch mal um. Guckt euch doch mal um. Also wer jetzt, wer diese Podcast-Folge hört und jetzt sagt, wir hauen auf den Putz, einfach abschalten, deabonnieren, ist kackegal. Aber nein, wirklich. Also eine Person, die uns gerade zuhört, bis hierhin, wie lange machen wir gerade? 20 Minuten oder so? 25? Wer jetzt nach 25 Minuten, nach dem, was wir erzählt haben oder du erzählt hast, sagt, die Spinnen abschalten, direkt raus. Ja, ist ja auch okay. Also habe ich ja auch gar kein Problem mit, wenn einer sagt, ich spinne. Das sind eh nicht die Leute, die bei uns Kunde werden. Ja, weil wenn ich, wenn ich mal jetzt so gucke, weil ich fühle ja regelmäßig eins zu eins Performance-Calls durch, also Feedback-Gespräch, Performance-Calls, um zu gucken, wie ist die Entwicklung? Sind die Leute on track? Können die das halten und setzen sie das um, was wir in der Strategie miteinander besprochen haben und so weiter? Und alle Leute, die dort in diesen Calls mit mir sind, das ist ein Muster. Das sind Leute, die für ihre eigene Zukunft in die Handlung gehen. Absolut. Also die handeln, die nicht nur Podcast gucken, die nicht nur Ads ausgespielt bekommen, sich die angucken, die nicht nur mal eine E-Mail durchlesen oder an einem Webinar teilnehmen, sondern das sind Leute, die verdammt nochmal die Ursache bei sich selber sehen. Also sagen, okay, alles, was in meinem Leben passiert, ich bin dafür verantwortlich. Weder der Verkäufer noch die Käufer, die keine Finanzierungen bekommen und so weiter. Das ist totaler, weirder Bullshit, wer das denkt, okay? Ja, klar. Da erkennt man einfach Muster. Absolut. So, und die Leute, die sich jetzt beim Gucken dieses Podcasts angesprochen fühlen und sagen, ey, ich bin eigentlich eine Person, die handelt und die Ursache sein will für all das, was im Leben passiert, dann trag dich jetzt für ein Erstgespräch ein. Aber weißt du, Leon, aber auch da ganz ehrlich, also im Prinzip brauchen wir das auch gar nicht mehr sagen, weil am Ende des Tages, also ja, können wir gerne sagen. Also mir ist das schon wichtig, weil am Ende des Tages können wir ja den Leuten helfen. Aber es geht ja um was ganz anderes. Guck mal, es geht doch, wir haben immer offen gesprochen in den letzten 100 oder 99, heute ja vielleicht nochmal ein bisschen mehr Gas als vielleicht sonst. Ja. Aber wir haben auch einfach die Faxen dicke, jetzt überhaupt irgendwie noch was zurückzuhalten. Wir müssen einfach mal auf den Putz hauen, ne? Also, oder die Wahrheit sagen, ne? Ja. Und die Wahrheit sagen bedeutet ja auch… Klartext sprechen, ne? Klartext, ja genau, Klartext sprechen. Also, der Punkt ist doch der, schaut, willst du Papagei sein oder willst du Versteher sein? Ja. Und letztendlich muss ich leider… Aber warte, was sagst du jetzt zu den Leuten, die 30 Jahre am Markt sind, 30 Jahre Makler, die denken, die denken, sie sind Versteher, okay? Und das ist gar nicht bewertend gemeint. Was ich aber bewerte oder was ich einfach, was man bewerten kann, ist die Art und Weise damit umzugehen, okay? Und die jetzt aber sagen, ja, 30 Jahre mach ich das Ganze schon, mir kann man, alles super, aber haben trotzdem Probleme, Objekte einzukaufen für realistische Marktwerte, müssen in Preissenkungen reingehen über einen längeren Zeitraum, um Objekte verkauft zu bekommen, bla bla. Was sagst du denn? Ich war ja genau auf dem Punkt schon, also die allererste Frage ist ja mal, willst du Papagei sein oder Versteher? Und Papageien, das sind die Leute, die eben von Event zu Event rennen, wo eigentlich immer wieder die gleichen Referenten oder Speaker, sagt man ja heute, wo immer die gleichen Speaker auf der Bühne stehen, wo ein riesen Marketing-Bohai gemacht wird, aber am Ende des Tages nur heiße Luft rauskommt. Und ich feiere das, wenn einer geiles Marketing macht, feiere ich total, wenn es aber Soße ist, ist es ja Soße. Und Soße bleibt Soße, ob mit geilem Marketing oder mit schlechtem Marketing, Soße bleibt Soße. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Bühne stehe und über Online-Marketing einen Vortrag halte und inhaltlich einfach Bullshit labere, weil ich keine Ahnung habe, und dann da unten die Leute sitzen, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und da unten die Leute sitzen, die aber gar nicht in der Lage sind, das überhaupt einschätzen zu können, was die Person sitzt, und dann rauslaufen und eins zu eins das nachplappern, das ist ein Papagei. Okay? So, das ist ein Papagei. Und Versteher wirst du aber nur dann, wenn du, und jetzt komme ich zu dem zurück, was du gerade gesagt hast, wenn du zehn, fünf oder acht Jahre, oder vielleicht auch nur ein Jahr, weil derjenige, der ein Jahr bei mir, bei uns im Coaching ist, der ist ein Versteher. Und zwar zu 100 Prozent. Und der ist um 30 Längen, um 30 Längen, ja, dem 30 Jahre erfahrenen Makler voraus, weil er eine… Garantiert. Genau, garantiert, weil er eben eine Technologie erlernt hat, die er verstanden hat, weil er eben über Prozesse, über Methoden in Anwendung gekommen ist, und nicht, weil er irgendwo auf einem Bewertungsseminar war, was völlig jeglicher praktischer Anwendung entbehrt. Also, weil, was bringt dir die geilste Bewertung, wenn du sie bei einem Kunden nicht erklären kannst und nachher doch den Auftrag annimmst zum Wunschpreis des Verkäufers. Also, was nützt mir denn das Seminar? Ja. Das Seminar nützt mir doch nur dann was, wenn ich das, was da gelehrt wird, in der Praxis anwenden kann und nicht einem Kunden an die Backen nagle und dem dann sage, machen Sie damit, was Sie wollen. Es sei denn, ich bin Gutachter und kriege jetzt 3.000 Euro für das scheiß Gutachten, wo aber letztendlich der Verkäufer eh nichts mit anfangen kann. Ja. Ja, so, um das mal Klartext auch hier zu sagen. Ja. Also, derjenige, der 30 Jahre das Gleiche tut und immer noch in die falsche Richtung läuft oder nicht das Ergebnis, wie er wünscht, der kann es einfach nicht. Punkt. Der ist nicht fähig, das, was er gelernt hat, in der Praxis anzuwenden. Und wenn er das, was er in der Praxis gelernt, der Theorie gelernt hat, in der Praxis nicht anwenden kann, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder er ist nicht in der Lage, weil er Fehler gemacht hat, oder das, was er gehört hat, war für den Arsch. Also, war einfach nichts wert. Ja. Und da reden wir von Autoritäten. Ist denn die Autorität der Professor an der Uni, der, und das ist ja so ein leider Gottes weltweit ein echtes Phänomen, dass Menschen Autoritäten akzeptieren, ohne zu wissen, ob die das, was die erzählen, auch wirklich in der Praxis anwenden können. Also, der Professor, der Betriebswirtschaftslehre studiert, nehmen wir den Professor doch mal und stecken den in eine Firma von tausend Leuten oder von hundert Leuten. Kann der die führen? Kann der die Firma führen oder fährt der die Firma in den Dreck? Ja. Oder ein Professor, der über Marketing redet, hat noch nie einen Cent selber in Marketing investiert. Zum Beispiel. Ja, so. Die Frage ist, was ist das für eine Autorität? Gar keine. Null. Nada. Nix. Und ich bin froh und glücklich. Ich bin froh und glücklich, dass ich in einem Elternhaus, und du ja hoffentlich auch, dass ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo eben Fragen gestellt wurden und Fragen erlaubt waren. Und wo man hinterfragt hat, ob der, der mir da gerade irgendwas vom Pferd erzählt, ob das auch wirklich stimmt. So, das war mal das Erste. Und das habe ich schon in meiner ursprünglichen Ausbildung 1987, 88, 89, als ich im Vertrieb begonnen habe, sehr schnell erkannt, dass ich einen Schwätzer von einem Könner unterscheiden konnte. Dass ich einen Schwätzer, weil ich habe damals, ich werde nie vergessen, bei einer großen Versicherungsgesellschaft, habe ich mit dem Vertriebsvorstand gesprochen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, das war 1990, schon mehr verdient als der Vertriebsvorstand. Und da habe ich den gefragt, was wollen Sie mir denn eigentlich erzählen? Und der fand das cool. Der fand das geil. Der fand das richtig cool, weil der hat mich jetzt nicht aufgrund von Autorität runterdrücken wollen, sondern gesagt, weißt du was, du bist ein cooler Junge. Du hast richtig Eier. Und da war für mich eigentlich klar, hey, du hörst auf Leute, die was können, die das, was sie sagen, auch wirklich in der Realität anwenden können. Und diese ganzen Landesdirektoren und Bezirksdirektoren, die ja eigentlich nur angestellte Pupsnasen, also Papageien waren, die eigentlich nur die Vertriebsleute in Schach halten sollten und die so ein bisschen bedüddeln und betreuen sollten, also wie so eine Art Künstlerbetreuer, sage ich jetzt mal, in der Musik, aber mehr auch nicht. Die hatten alle keine Ahnung, weil das waren alles Typen, die im Vertrieb gescheitert waren und die dann dort als irgendwelche Landesfürsten hochgezogen wurden und die sozusagen uns in Schach halten sollten. Und da ist mir sehr, sehr schnell klar geworden, hier stimmt irgendwas nicht. Am Ende des Tages, um nochmal zurückzukommen, das ist eigentlich das Kernproblem und damit können wir es auch fast schon jetzt für die hundertste Folge schließen, ist am Ende des Tages, werden alle Leute an einer Sache scheitern, an einer und das ist die Bereitschaft zu lernen, ich mache sogar noch einen Bonus drauf, die Bereitschaft zu lernen, sich Wissen anzueignen, das machen ja noch einige, dann knallen sich irgendwelche Bücher reingehen auf irgendwelche Pseudo-Seminare, damit sie sozusagen sich ein bisschen beruhigen, das war ja auf einem Seminar, tolle Inspiration, am Montag. Ja, neue Impulse gesammelt. Neue Impulse gesammelt, supergeil. Nein, nein, sondern wirklich am Ende, diese Impulse, was für ein Blödsinn. Diese Impulsveranstaltung, ich lache mich wirklich tot. Ja, ich lache mich wirklich, also Leute, im Quadrat, da tanze ich wirklich im Viereck. Nein, es geht nicht darum, erstmal Bereitschaft, dann Wissen, aber jetzt kommt der entscheidende Schlüssel. Das ist das Verstehen. Was bringt dir das geilste Wissen, wenn du es nicht checkst? Und nach dem Verstehen kommt immer die Anwendung. Und da ist dieser Cycle, der dann zum richtigen Problem wird, weil das Anwenden, das entschuldigen da alle mit, ja, ich mache ja schon, ich mache es ja schon irgendwie gut. Und last but not least, vierter und letzter Punkt, warum dann eigentlich viele nicht wirklich vorankommen, ist eine Sache, Leon, dass sie aussteigen zu kreieren. Dass sie aussteigen und immer wieder sich, also man könnte sagen neue Ziele setzen, aber dass sie anfangen zu kreieren. Und das ist ja in allen Bereichen so, in allen Lebensbereichen. Du musst einfach weiter kreieren, du musst weiter machen. Und wenn du das nicht machst, also weiter kreieren, einfach voll auf Track bleiben, volle Pulle drauf bleiben und immer wieder weiter gehen. Wenn du das nicht tust, dann ist doch klar, dann liegst du irgendwann mal mit deiner dicken Plauze in Ogada am Strand und lässt dir die Sonne auf dem Pelz braten, weil du so kaputt und platt von der Arbeit bist. Ja, und dann brauchst du aber schon wieder zwei, drei Wochen Urlaub, weil das ganze Jahr dich so komplett weggeschossen hat, weil du eigentlich gar nicht mehr am Kreieren bist, sondern weil du eigentlich nur noch ein Roboter bist, der durch die Gegend läuft und irgendwie irgendwo noch ein bisschen Geld verdient. Meistens ja noch ganz gut als Makler, aber am Ende des Tages, hey, wo ist denn hier der Spaß? Wo ist denn hier wirklich die Action, die Power? Und wie bringen wir vor allen Dingen so die Branche nach vorne? Das wollen wir ja machen. Okay, also wir haben eine Sache geschafft, die ich als Ziel hatte am Anfang des Podcasts für mich, das war die beste Podcast-Folge zu machen, die wir je hatten. In meiner Wahrnehmung hatten wir die gerade, weil da so unfassbar viele Sachen gerade, ja einfach so viele Wahrheiten drin waren. Lassen wir es die Leute entscheiden, Hauptsache wir, also wir entscheiden für uns. Wir leben ja eh nach diesen Wahrheiten, von daher. Genau, das war eine geile Folge, so und wie gesagt, ich würde mich halt freuen, wenn wir ein bisschen mehr Kommentare haben unter unseren Podcast-Folgen, lasst uns ein bisschen mehr Dialog und kommunizieren. Und vor allem einfach mehr Leute, die genau das beherzigen wollen, was du gerade gesagt hast. Also, wie gesagt, unsere Tür ist offen und wir sind anders als andere und ich behaupte auch, wir sind anders als alle anderen, ja, und wir bleiben dran, wir helfen den Leuten wirklich weiter, wir verändern Leben, wir verändern Businesse und that's it. In dem Sinne. Was wir tun. Ciao. Bye, bye. Das war stark. Das war wirklich stark. Das war wirklich stark.